So, hallo zusammen. Heute möchte ich euch mal einen kleinen Überblick über Flying Upload verschaffen. Was ist Flying Upload? Flying Upload ist ein Upload Manager, der es mir ermöglicht, mit relativ geringem Aufwand auf mehreren Plattformen gleichzeitig hochzuladen und damit spare ich mir wirklich jede Menge Zeit. Zusätzlich kann ich mit diesem Tool auch verwalten, wo ich meine Designs bereits hochgeladen habe und welche Listings ich verwendet habe und muss da nicht irgendwie kompliziert irgendwelche Excel-Tabellen oder ähnliches führen. Das Programm ist in zwei Teile aufgeteilt und zwar zum einen in den Edit-Bereich. Hier kann man dann den Titel, die Beschreibung, die Tags angeben, hier für Männer, Frauen oder Kinder oder auch alles zusammen. Die Farbe, da geht es um die Farbe vom T-Shirt und hier kann ich direkt vom Deutschen ins Englische übersetzen lassen. Ich ziehe hier mal als Beispiel jetzt schnell ein Design rein. Nicht wundern, das ist ein altes Design, das habe ich erst vorgestellt. Meine ersten 13 Designs, das war eins davon. Genau, also hier kann ich dann automatisch übersetzen lassen. Hier kann ich eine Trademark-Überprüfung machen. Das ist auch für einen Trademark. Hier kann ich mir Keywords suchen lassen, wenn ich ein bisschen unkreativ bin. Dann gehen wir mal die Feature-Liste durch. Das ist der Upload-Manager. Das zeige ich euch nachher nochmal genauer. Dann haben wir hier den Suggestion-Manager. Das ist so eine Art Datenbank für Listings. Wenn ihr jetzt zum Beispiel recht viele Designs macht für den Beruf, was weiß ich, Förster, könnt ihr hier Listings vorschreiben und das Schöne ist, ihr könnt da auch mit Tags arbeiten. Hier, beim Elektriker zum Beispiel. Also mal grundsätzlich, ihr habt hier die Möglichkeit, Kategorien anzulegen und unter jeder Kategorie könnt ihr Unterkategorien anlegen. Dann habt ihr eben die Möglichkeit, mit Tags zu arbeiten, also mit dem Titel-Tag zum Beispiel. Das bedeutet, überall, wo hier dieses 4xx-Titel 4x steht, wird automatisch der Titel vom Design, also das hier, eingefügt und das ist doch sehr praktisch, weil es halt zum einen Varianz reinbringt in die Beschreibung des Designs, zum anderen aber sehr viel Arbeit abnimmt, dass man nicht ständig den Text irgendwie ein bisschen anders schreiben muss, sondern hier den vorgefertigten Text hat und die Varianz kommt dann durch diesen Titel. Wir haben einmal die Beschreibung für einen längeren Text, für zum Beispiel Bullet Points von Amazon, dann die Beschreibung für den kürzeren Text, bei zum Beispiel Spreadshirt und hier die Text für zum Beispiel Redbubble und Spreadshirt. Dann Show Overview, da kann wir uns das Design hier grob anzeigen lassen, wie sieht das dann auf dem T-Shirt aus. Dann haben wir noch Bull Copy und Shuffle All Text, das werde ich dann einmal in den Tutorials erklären. Replace Text, das ist quasi eine Suchen und Ersetzen Funktion. Das ist auch ganz praktisch, das zeige ich euch auch noch, wozu das dann ganz gut ist. Und hier noch ein Trademark Check. Dann wer mit Excel-Tabellen arbeitet, kann sich hier Excel-Tabellen importieren und exportieren. Profil Manager, das ist auch ziemlich cool. Hier kann ich mir nämlich vorgefertigte Profile anlegen für zum Beispiel Designs, die für schwarze T-Shirts gemacht sind oder für dunkle T-Shirts und Designs, die für helle T-Shirts gemacht sind. Kann dann hier mir auch eine Tastenkombination festlegen, dass ich mit der Steuerung Taste und der entsprechenden hier belegten Taste auch ganz schnell das Design bzw. die Vorlage laden kann. So, dann zeige ich euch mal, wie das funktioniert, wenn ich hier ein Design reinziehe, wo ich schon ein Listing habe. Flying Upload arbeitet mit XML-Dateien, das heißt, wenn die XML-Datei und die Bilddatei im gleichen Ordner sind, dann kann ich hier einfach das Design reinziehen und es wird automatisch hier das Listing mitgeladen. Hier bei Amazon, das wollte ich hier auch noch sagen, habt ihr die Möglichkeit, die Marktplätze hier auszuwählen, die Preise, also ihr könnt hier auch alles anklicken und gleich die Preise festlegen. Die Preise und so weiter kann man auch in den Vorlagen gleich festlegen. Gibt es auch nochmal Profile für Amazon. Man kann hier dann auch entsprechend die Farben auswählen für die T-Shirts und sieht dann auch gleich rechts live, wie sich dann die Farben mit dem Design machen, ob das zusammenpasst oder ob das nicht zusammenpasst. Hier hat man dann die Brand, den Titel, Bullet Point 1 und 2 und die Beschreibung. Man kann hier die Produkte eben auch nochmal auswählen, hier nochmal einen Trademark-Check machen und so sind dann auch automatisch eure Listings und so weiter gespeichert. Jetzt wollte ich euch noch zeigen, wie das denn eben ausschaut mit dem Upload-Manager. Das seht ihr dann hier nämlich genau. Aha, bei mba-redbubble-spreadshirt.de und com, gpublic, society6 und sassl jetzt in meinem Fall hochgeladen und entsprechend kann ich dann auch nochmal sagen, wenn ich jetzt das vielleicht noch hier hochladen möchte, bei Teespring oder Displayed oder was, könnte ich jetzt das hier nochmal reinladen und dann auch nochmal diesen Upload-Prozess starten, weil beim Upload-Prozess, zeige ich euch auch gleich nochmal, kann man dann eben auswählen, wo ich es dann hochladen möchte. Dann gehen wir hier mal noch kurz in die Settings. In den Settings kann ich hier die Dateien, beziehungsweise die Einstellungen importieren und exportieren. Das heißt, wenn ich auf zwei PCs arbeite oder auf dem PC und dem Notebook, kann ich die Einstellungen vornehmen, das exportieren, lege es dann zum Beispiel auf OneDrive ab und kann mir diese Einstellung wieder importieren und habe dann auf beiden Geräten die gleichen Einstellungen. Das ist auch ziemlich cool. Gut, das soll mal ein grober Überblick gewesen sein. Falls ihr Interesse habt an dem Tool, falls ihr es euch kaufen möchtet, ihr findet unter der Videobeschreibung oder in der Videobeschreibung unter dem Video findet ihr einen Link. Da bekommt ihr dann auch nochmal 20% Rabatt, wenn ihr den Code jeweils 20 anwählt und genau damit unterstützt ihr natürlich den Kanal. Wenn euch das Video gefallen hat, würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt und den Kanal abonniert und gerne auch Kommentare. Falls ihr irgendwas wollt, wo ich genauer drauf eingehe, dann hier bitte kommentieren. Dann sehen wir uns im nächsten Video.